Ich will da nicht rein. Also ich will nicht sagen, aber das ist bis jetzt das schwerste Level. Ja, meiner hatte keine Lust auf anderen. Wuuu, ich hab Wind in dem Haar. Also es ist ja echt super, Basti, aber das Level geht mir langsam auf den Sack. Guck mal. Oh mein... Ah! Okay, jetzt... Ich bin aber zu schnell. Einer von uns muss zuerst laufen. Ich. Also wie du in der Luft immer noch abbremst, aber wegen... Ich will doch wieder rein. Jetzt hast du mich... Plötzlich war ich vor dir, Alter. Sag mich doch... Einfach weil ich es gar nicht... Jetzt nimmt das nicht mal an. Oh! Oh! Das wird gleich außer scheiß Doppelsprung. Das kannst du nicht. Das ist einfach kein Skill. Das war zu schnell. Das geht mir alles... Die moderne Welt! Das geht mir alles zu schnell. Wow! Wie der einfach fast reinfällt. Okay, ich mach... Lass den ja... Lässt du den Doppelsprung jetzt? Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Einfach weil der Speedtag. Das Level Nennen wird tausendmal berührt. Jawohl! Ich bin erster, ich bin erster. Jodaaaaaaaaaaaaaaa!!! Was war'n das? Was war'n was? Ich bin in die Grube geverloten. Der war scheiße knapp. sehr schön endlich sind wir fertig mit dem rotzlevel so jetzt kommen wir endlich was 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 ist das denn hier symmetriebegründe weiß kann warte mal welcher ist denn der erste der unten warte warte ich gehe mal nach ganz unten und ziele mit dem auf nein auf diesen spiegel jetzt muss ich hier runter das ist ein grün ausrichten du musst noch den diamanten rückst du mal grün aus müssen wir den jetzt auf den lila nennen der lila muss auch noch mal ausgezeichnet was 47 war das knapp war das knapp war ohne probleme weiß es gibt leute ist einfach so einfach und alle diesen film die ich immer wer fällt zuerst in diese als wäre ein labyrinth ich müsste ich habe deine tür gefunden wo es meine unten rechts in der ecke wahrscheinlich darum 20 sekunden genau meine öhrchen wie sind schlecht versuch mal zwei ich muss hier die hand wechseln wenn mir der arme schlägt ich vergesse immer wo ich langlaufe ich auch ich weiß dass deine tür hier unten ist ich glaube jetzt einfach immer weiter hier lang nicht schnell noch 13 sekunden war er an seinem ziel was wie sein kopf immer noch in die metalldecke haut ja 18 m so next time next time next time next time next time nee 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 symmetrie symmetrie immer hier lang warte ich hole kurz meinen diamanten oder so ja wo unten ist ein diamant willst du nicht erst einen diamanten holen hier ja ich verstehe ich verstehe wird das level noch mal neu bei dieser sprung hier einfach so offen du musst auf jeden fall erst mal unten deine rotze ich muss erst mal hier oben gehen holen ja genau ok wo muss ich hin warte mal hier komm her weil da kann ich nicht ja mach mal stein da drauf schieben ja mach einfach mal kannst du nämlich da durch und ich kann mir da oben eins holen sonst käme ich ja gar nicht hoch kannst du orange irgendwie auch machen du stehst davor ok das ergibt welchen sinn keine ahnung schwer warum wir brauchen stein hierfür ja gut dann und wir brauchen oben wahrscheinlich noch einen stein aber dafür brauchen wir den stein ja da komm her jetzt kommt man hier nicht mehr hoch kommt man wohl kommt man nein kommt man nicht willst du mich vertreutelieren ne kommt man nicht ok der wollte mich immer noch verträuteln ich wollte schon sagen dieser eine stein der ergibt keinen sinn ich bin hippie das kleine feuer deal die drogen davon dann ist also ich bin schon hier oben ja ich weiß was machst du doch der das da drauf stellen das ist falsch nein damit du und das ding auch machen kannst du außerdem kommt man sonst hier nicht hoch also musst du dann wieder hier ganz hoch und dann da durch und den stein betät ja und wie kriegen wir das ding da auf warte mal versuch mal so da hoch zu kommen komm jetzt da hoch ja oder auch nicht doch komm bewegt dich du hast mich letztes mal gefragt hast ja was denn du wiegst zu viel ich hab dich doch nie gefragt du wiegst zu viel wiege frauen fragen ja immer ach so aus klischee einer frau warte hier ist ein weißer schalter den drücke ich mal aha der bringt nichts ich gehe mal da ganz unten ja da muss ich sicher nicht hin weil da meine tür ist ich gehe mal davon aus dass ich nach oben muss dir den lila den schalter drücken vielleicht und dann weiß ich nicht keine ahnung passiert du musst mir den weißen schalter drücken oh der ganz unten oh verdammt ne da habe ich jetzt keine lust ich dachte weil ich hier schon bei meiner tür bin weiter gehts ich bin unterwegs oh jetzt hast du das a-offen ich wollte ein bisschen speed hack machen äh und wie kriegen wir jetzt zum henker den warte ja schieß den schein mal hoch wie soll das gehen ja du musst jetzt wieder die türen aufmachen ja aber ich muss den stein doch irgendwie hier musst du nicht da unten ist dann türchen ja aber ich muss lila doch irgendwie drücken ja der stein ist irgendwann unten weiter gehts ist der schwerer oder was ja ach so das sieht man doch der ist dunkler angefarbt ja da habe ich jetzt sicher drauf geachtet da habe ich wieder komplett hoch ich warte mal lieber ja der war so gewollt der war so gewollt so ja nicht dass ich hier irgendwie in dem level extrem viel zeit brauche ja ja haha witzig haha ich wollte ja mein kristall tja warum hast denn jetzt weil du lila zu früh gedrückt hast lila das ist dein knopf du idiot verdammt verdammt das heißt ich muss erst ganz nach ganz unten ja gut okay war ich bescheid ah deiner war grün okay da hätt ich mal bisschen aufpassen müssen nö alles klar lalalala da da das ist also f forskche bescheidung was machst du da ich wollte was abkürzen der stein ist so fett dessen war das bitte auch meinen kopf mit machen lassen ich lächle so schön ja weil du weißt du musst dich die arbeit tun ich wollte gerade den stein weg schieben das wäre eine gute idee geworden warum muss ich eigentlich die ganze zeit so dumm und dämlich hin und her laufen deswegen habe ich rot genommen ja klar weil rot klingt einfacher nicht dass man eine sitzordnung zu tun hat aber gar nicht wer kennt es nicht rot ist immer der leichte ja ja ich bin besser ganz einfach 1 23 sehr schön ich glaube rechts sagen ja ich musste auch lang hier ist wasser nicht ein hellster moment ja wasser okay du darfst hier auf keinen fall rechts runter alles gleich muss rechts runter ist hier noch irgendwas ich kann hier wieder hoch da ist siffe okay also ich muss erst ich glaube ich weiß unsere türen sind da läuft basti folgt mir folgt mir der maus ach komm schon ernsthaft weiß ich weiß siffe im siffes land das schlimm ist ich muss ab und zu oben bei dir gucken was du machst weil ich weiß ich musste auch lang hier sind die türen ja sagst du mir doch noch was ich machen muss da kommt zweimal siffe wo hier unten direkt dahinter und da oben wieder musste ich den schweren weg gehen du musstest nur obenrum springen und bist trotzdem dreimal gestorben die landschaft aus welches welches machen erst das sehen das ist so dass sie sich aus rückwärts warte ja ist ja gut ist ja warte hallo ich weiß hallo alter ist das warte ich 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 warte okay wenn man umdreht kann man nicht direkt springen habe ich gerade ausgemessen der war zu knapp na verdammt hey baby kommst du öfters her so dies war aber nicht so das war mal synchron ja und wir kommen zum letzten level ist ja eigentlich gleich das letzte muss ich eigentlich aus nein wir haben die ganze musik hörst du die nicht ich habe extra leise gemacht ach so extra leise extra large halt okay letztes level speedrun so da gibt es mal richtig einen auf die fludelie so hier im speedrun und da ist der wow da kommt er ich bin wieder mal richtig zügig unterwegs und jetzt werde ich nach 16 sekunden und dann muss man wieder auf das wasserchen warten auf das wasserchen das letzte tröpfchen das letzte tröpfchen aaaaaaah brofist brofist auf das bestandene spiel 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 und wir haben wieder ein spiel geschafft eine halbe stunden eine halbe stunde war eine halbe stunde länger als das letzte alter wenn das so exponentiell steigt es gibt sechs davon das klang irgendwie schmerzhaft schmerzhaft so also ich würde sagen wir sehen uns im nächsten let's play dem nächsten mit feuer und wasser amt der kommt drauf ich glaube es wird vielleicht feuer und wasser sein die kommunizierte zahl die nach zwei folgt pi pi 2,4 3,4 hier ich will schon lange ich geh ein paar pilze setzen ja ich geh pilze setzen captain tibo meldet sich zum dienst und cowboy bob beep okay damit würde ich sagen ja warte dann müssen wir jetzt nein 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 wir können auch nicht verabschieden hallo wir haben jetzt hier erstmal muss man das angucken hallo wofür sind diese zahlen kann man die irgendwie anklicken dass das irgendwie spezielle levels sind oder so warte mal was ist denn zum beispiel 23 wo ist denn 23 23 da ja ist die irgendwie speziell ja gut ich würde sagen wir gehen ins mein menü wie kostet auf warte wir müssen erstmal die credits angucken also die scrollen ganz schön schnell ne also ich kann kaum mitlesen das ist ja konzept grafik und programmierung bei unser star für oslo 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 albert level design bei jen 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 pause villanueva nein villanueva 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 und nochmal oslo albert der hat sich schön und rot gemacht ja weil er weil er die frau und links und jan war das mädchen jan hat das mädchen gemacht und oslo vielleicht den jungen kann natürlich sein danke thanks for earning kato und skate hat for creating porting box 2d danke an der stelle auch an euch dass ihr das hier für uns gemacht habt dieser 2d effekt ist ja ein traum der die hände der schluss Es steht sogar Level, es gibt keine Lichter oder Levels, das Ziel ist, den grünen Ballen zu holen Levels sind wir similisch Sehr similisch Quick Level Speed Level Levels kommen zu den Exit-Doors Das ist mit normalen Steinen Ja stimmt Und das andere war Speed Level Was haben wir noch? Mehr Games will ich mir nicht angucken Ja und das erste haben wir schon gespielt Wollen wir nochmal unseren Highscores mit dem? Ja, mach mal Softless Highscores You've got 37,922 Points Submit Nein Gut, also das hat sich dann erledigt Mach mal, mach mal, warte Mach mal Submit Highscore Und dann mach mal View Highscores It's quite in here Mach mal All Time Ey, das ist wirklich nicht so schlecht Alter, wie hatten wir? Wir hatten 37.000 irgendwas Ja, wir sind am Platz Oh Ja Hier so Platz Aber wir sind Gleich hinter Fuck You Gua in Yalan Aber dafür, dass wir das zum ersten Mal zusammen gespielt haben Das war doch easy hier 37.920 37.000 37.000 37.000 37.000 920 Da! Wir sind Platz 21 22 Wir sind auf jeden Fall vor diesen ganzen Menschen Ja Die da nach unten auf jeden Fall kommen Also ich fühl mich jetzt besser Ich kann bestimmt heute Nacht hier schlafen Ja Hier ist der Anti Go Ja, okay Ja, nehmen wir so hin Wir dürfen nicht den ganzen Namen zeigen Achso Das ist doch alles Alles Zensur Alles Zensur Das können wir nicht einfach machen Okay, back Ja gut Dann Ja, bedanken wir uns fürs Zuschauen Wir können mal noch was klicken Nein Klickt erst nicht Da steht irgendwas mit jazisgames.com Alles klar Dann gehen wir zu jazisgames.com Ja Jetzt haben wir euch wenigstens alles gezeigt Und Wir sehen uns in Teil 3 Haut rein Und schon Tschüss